Die schwarze Tulpe Eine französische Chansonsängerin, die in Deutschland gar nicht so bekannt ist, obwohl sie in Frankreich ein ganz großer Star war. Und wir möchten gerne, dass sie hier in Deutschland bekannter wird. Ich bin Veronique, ich komme aus Frankreich. Wir sind eine Formation aus Klavier, Cello und Akkordeon, Knopf-Akkordeon, mit meiner Stimme dazu. A Göttingen, a Göttingen, quand ils ne savent rien dire, ils restent là, nous serions. Et nous les compromettons quand même, les enfants blondes des Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, les autres, le partent. A Göttingen, a Göttingen A Göttingen, 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 a Göttingen zu ... Elas und Garage, den Ausg Jasmine, die in denen sie bereachtet, sie הש quickly vardır. Musik 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 Es spielt Henry Kiese am Klavier, Amadeus Templeton am Cello und Yuri Candelia ist am Bayan, also Knopf-Akkurin. Es spielt Henry Kiese am Bayan, also Knopf-Akkurin. Wenn schon sterben, dann schon sterben, nicht erst in alten Tagen. Wenn schon gehen, dann schon gehen, noch jung und ohne Klagen, noch jung und ohne Klagen. Am Rie, Blum, Rie, je choisi, la je tante. Am Rie, Blum, Rie, je ne veux pas attendre. Am Rie, Blum, Rie, je ne veux pas attendre. J'aime mieux, quand l'année du temps, je suis belle. On ne peut pas jamais. Am Rie, Blum, Rie, je ne veux pas attendre. Et ne veux pas me dire qu'il est droit pour mourir. Avec mon sang de poulet, je pouvais me faire en rêve. Je pouvais me faire en rêve. Et je pouvais me faire en rêve. Je pouvais me faire en rêve. Am Rie, Blum, Rie, Blum, Rie, Blum, Rie, Blum. Am Rie, Blum.